Halt mal die Klappe! Itachi! Ich werde dich töten! Ich hab gewartet. Ich hatte einen ganz komischen Traum. Ich hab dich vernascht. Ach, warte, ich zeig's dir. Kisame? Guck mal, was ich gefunden hab! Wer bist denn du? Bist du der Weizelis? Was ist das? Eine Stimme, die da war's! Selma! Selma! Eintun! Selma, ich will mein Buch, wo ich will nach Hause. Ich krieg keine Luft mehr, weil ich die Nadine schaue. Tobi, beginn's! Ah, Tobi! Wer seid ihr? Seid mir ein Schrauber, Selma! Willst du? Sag mal, ich bin nach vorne vor! Was ist denn mein Schrauber? Mein Teil der Schrauber ist meine Sache! Also, wer hier? Wer ist der? Du? Du? Ah, das fühlt sich an! Das fühlt sich an wie ich! Ah, wie tut ja! Selma, tut ja! Oh, das war doch gedacht! Oh ja, Tobi ist tot! Oh ja, wow! Moment! Scheiße, ich bin tot! Warum träumen Leute so? Selma? Soll ich dir mal zeigen, was ich von der Ushimaru gelernt habe? Schau mir in die Augen! Genau in die Augen! Ich weiß, ich hab keinen! Ich hab keinen! Das sehe ich! Schau mir in die Augen! Nicht vorbei! Genau in die Augen! Schaff mir in die Augen! Wenn ich jetzt das Taikens-Heltab-Ushimper Machst du auf und denkst du wärst ein Vogel! Eins, zwei, drei! Bits! 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 Vielen Dank.